Freunde, herzlich willkommen hier zurück zum Landwirtschaftssimulator 2015 im LWD. Natürlich wieder mit dem Tino. Hi, das bin ich. Cool. Wir wollen auch mit dem Glöcki. Hi, das bin ich. Das erfreut mich sehr. Oh, leck. Ähm, ich hatte eher das Holz hier abgeladen. Das Holz ist jetzt irgendwie auch weg. Wie viel Kohle haben wir denn? 62. Okay, ich weiß nicht, wie viel Kohle wir vorher hatten. Ich auch nicht. Egal. Egal, ähm, scheiße, Berg. So, ich komme erst mal wieder zurück, oder? Zum Bauernhof. Hätte ich natürlich andersrum mehr kürzer gewesen. Egal. Also, den nächsten Baum kann jemand anders fällen. Oder verladen zumindest. Ja. Okay, mal. Lächeln. Jo. Gut, ähm, was macht ihr? Ich crash jetzt einfach mal Feld 19. Nur wegen dem Stroh. Und ich sitze hier irgendwie in den Matrix drinnen. Ja, und... Da hat der Klicki gegrubbert mit dem. Und er hat gefliegt. Äh, mein ich ja. Gefliegt, genau. Da müsst ihr den Flug hinten dran hängen. Ja, ja. Ganz weiter. Da bin ich ja gerade dabei, ja. Muss ja bloß gucken, wie das Feld das jetzt hier war. Wo du da bist. Beim Hof hinten, okay. Die Brückenantkörbe ja heute wo auch nicht ganz sind. 3,80 Meter. Ja, das ist schon auch schon 3 Meter hoch. Ich kann mich leider in den Brückenantkörbe und ich mach nur noch schnell das hier weg. Jungs, weiter fahr ich mal. Ich fahr zum Feldverbund, guck wo noch ein Baum im Weg steht und stell den Holzlader und den ganzen Kribbel dorthin. Genau, und dann... Säge ich den noch mit um meinetwegen oder was weiß ich, machen noch mit kleinen, aber verladen kannst du schön alleine, Junge. Nö, nö, ich zersäge, ich zersäge den dann schon. Ah, ist ja geübt. Dann müssen wir mal gucken, was hier auf Felder bestellt ist, nicht warum leckt das Spiel denn sowas, das ist für eine Scheiße. Hat das wirklich gebt? Was? Bei dir auch? Bei mir leckt es nicht, ne. Okay. Dann weiß ich es nicht, du. Also bis jetzt, ne. Ha, 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 ha. Oh, no. Oh, 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 oh. So. Oh, hier ist ein schöner Abstellplatz. Könnte man als Holzlager nehmen. Es leckt bei mir, wieso? Stream ich noch. Wäre zwar ein schöner Fail, aber ich glaube weniger. Nö, nö. Festplatte arbeitet. Na egal. Dann lass mich mal auswischen. Was, weil die Festplatte arbeitet? Ja, das war so ein bisschen eine gute Nummer. Du musst es laden. Lass mich mal auswischen hier. Ich bin gerade total verwirrt. Wo sind, wo bin ich? Dunkel. Hier ist der Klee. Ach, hier drüben. Du musst rumdrehen. Hm, ich wollte gerade sagen, du bist Richtung Schweinnetze. Hier ist ja der Feldverbund. Ich habe mal angeseht. Genau. Stand da noch irgendwo so ein Kackbaum. Warte mal da, oder? Nee. Ach, hier. Den habe ich weggemacht. Genau. Haben wir eigentlich auch Silos direkt am Hof. Also jetzt hier, wo wir jetzt die Lage produzieren könnten. Ja. Wenn du hinten rausfährst, also zu 8, 9, rechts. Da, wo ich bin, da musst du hin. Gut. Du Heimatland, das sieht ja schön so aus. Wir brauchen unbedingt auch diesen Dingsbums hier hinten dran. Weißt du, was ich meine? Pflanzt? Nee, auf Lärme. Oder? Diesen hier zum Baumstümpfe wegmachen. Die Fräse haben wir. Die steht am Händler. Da, hier. Da, wo ich bin. So ist es hinkommen. Problem ist nur, stell dich nicht. Ja, drück doch mal die neuen. Hey, Schatz, das ist alles deswegen. Du bist bei Feld 10. Oh Mensch. Auch da. Ich sehe da, wo auch noch was. Lade ich was neu dazu. So. Das noch. So. Alter, das sind die Blätter in Sackern, ey. Die Bäume sind echt zum Kotzen. Die stehen halt im Weg. Die müssen weg. Alter, das ist ja riesig, ey. Krass. Ein riesen Baum, ey. Zieh das Ding mal rein, Junge. Da hast du zehn Parts zu tun, ey. Hier habe ich was abgesägt schon, hier unten zwei Stücken. Mir geht es auch mal um zu entlasten, dass ich aber so... Ich seh mal hier das Stück noch ab, das ist entlastet. Ja. Ich weiß nicht, warum das bei mir so leckt, ey. Wow. Na, können wir gleich beide wechseln. Hey, cool. Oh, die backen rum, oder was? Ganz oft? Alter, was ist das für ein komischer Baum hier, ey? So wächst nach keinem Baum, jetzt mal im Ernst. Bin ja echter Profi-Force-Arbeiter, könnte mir sagen, was er wollte, ey. Hab ich drauf, so'n Scheiß. Warum ist er schon verkauft, der Böhm? Einfach gut. Äh. Das ging ja jetzt schnell. Ich frage mich sowieso, ihr braucht doch nicht alles abzusägen. Einfach nur die Kralle verhaken, ein bisschen Land ziehen, dann zerstet das Sägewerk. Wurde an sich aufkommen. Naja, weiß ich nicht. Meinst er? Wenn's vom Gewicht her stimmt, geht das schon. Äh, aber nee, das passt so. Die allgemeinen, die Dinger schon zu sägen, ja. Aber... Du hast ein Dreizehmer, wo du hinten das Stallseil ranmacht könntest. Das ist geil. Da ging das relativ zügig. Was? Was? Oh. Genau noch. Richtig lang da, Arne. Nicht so, oder was? Relativ kurz, aber fast schon. Hier hat man ja keine Stützen und kann halt immer noch hinten, wenn er vorne korrigieren. Ich sehe ja, Randy hat schon den ersten Baumstamm aufgeladen. Nee, das ist hier, das läuft. Das läuft. Freil sind jetzt. Ja, der hat halt Übung. Meinst er? Hm. Wo soll er die denn her haben? Ja, woher? Ja. Weil es hat eine Kettensäge zu Hause und geht abends immer mal in den Wald, heimlich. Na ja, und schlägt einfach vor zwei Mal. Ja, ist doch nicht schlecht. Alle wundern sich, warum der Siedlück kein Licht mehr brennt, wenn es die falschen Bäume ist. Strombäume. Ja. Strommasten. Aber halt, ich habe keinen Glück gemacht, ne? Aber nö, hab's was für sieben geflogen. Das ist gut, ey. Das ist gut. Das ist komisch. Wieso funken das so? Warte mal, da möchte ich die Vitra-Kette drauf zahnen. Damit ist es dann kein Problem. Das stimmt. Da fliegen die Späne hier, alter. Ey, guck mal, wie schön ich dir den zusammengesägt habe, jetzt mal ohne Mist, oder? Hm. Ja, Renny verliert ja derzeit Langholz. Ah, der ist zu lang, oder? Ich krieg's denn drauf. Nö, da passt schon. Das Problem ist bloß, dass die Zange der letzten Mist ist. Nein. Sag sowas nicht. So, Clicky, was ist zu tun? Na, du hast einen Plan für uns beide gemacht, jetzt, ja? Was habe ich gemacht? Einen Plan? Ja, na klar, was wird's machen? Ich dachte, ihr wisst schon, was ihr macht. Ihr macht doch die ganze Zeit schon was. Nein, na, ich hab jetzt Renny nur beim Zamsägen geholfen, und das war's. Warte mal, wieso steht denn der... Hä? Keine Anfassung. Wieso steht der kleine Ladewagen an der Mischstation? Weil ich da, beim Händler, nebenan ist eine Wiese, da hab ich, wo, keine Ahnung, wo du den Baum zersägt hast, du hast eh mal die Wiese gemält, hab das Gras eingesammelt, hab's in der Mischstation gebrochen. Genau, den kannst du gleich herbringen, siehst du mich? Wen? Ja, ob du mich jetzt gerade gesehen hast. Ach hier, oh ja. Ja, kannst du hier das sammeln, aber vorher vielleicht noch fix einen Hänger bringen, dass du hier mich runterdanken kannst. Mhm. Dann hätten wir schon mal zwei Komponenten vom Mischfutter drin. Also nur deswegen mach ich das ja eigentlich auch. Weil wir haben ja größtenteils dann Raps angepflanzt, und da kommt ja noch nix. Haben wir noch irgendwo Gewichte? Äh, also wir haben vier Traktorenklöfe, drei Gewichte, weil der New Holland kein Gewicht an sich braucht. Der kleine New Holland-Würfel mal. Vielleicht braucht der ein Gewicht? Soll ich ein Gewicht brauchen. Da war ich ja jetzt einen Anhänger dran hab. Hm. Bin zweier, ich dachte, du kommst mit dem Lambo. Ja, am Lambo hängt doch der Sammelwagen. Ja, willst du ja nur abstellen. Den Hänger, das reicht ja. Okay. Ja, dann bring ich den jetzt ja damit fix hier mit dem hin und wo das zieht, den ja leer. Jo. Das ist ja nicht das Problem. Warte mal, wo war, klicke ich jetzt ja nochmal? 19. Okay. Äh, hektisch. Na, na, na. Kollege. Das sagt man nicht. Ich schau noch, hier schau noch Minderjährige zu. Denkst du? Ja. Die wissen gar nicht, wie sie das anstellen sollen. Na. Die Aufforderung. Oh, ein Blitzer hier. Kannst du mal deine Videokette rausholen, Randy. Ach, scheiße. Ich war falsch. Ach, ne, ich war richtig. So geil. Das ist für dich. Klick hier. Ich komme. Schmeiß rein. Das Ding. Hast du einen Vertrag mit dem Musiklabel, dass du das immer singst? Oder hat es einen tieferen Rund? Ich sing das halt. Und? Was singt er denn, hä? Ja, 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 hauptsache was gesagt ist das wieder. Beruhigt. Man muss alle siebeneinhalb Sekunden ein Wort sagen. Okay, hallo. Na, du nicht. Achso, ja. Gut, dann bin ich jetzt still. Na, nicht du. Der andere. Ich. Der neben dir. Das ist auch allgemein nichts. So, Stroh sammeln, sagst du. Haben wir einen Schwader? Nee, gell? Doch. Was für einen? Zwölf Meter. Eine roten. Den zwölf Meter? Ja. Das ist eigentlich fast, könnte man eigentlich fast ja nochmal drüber schwadern, oder? Boah. Obwohl das jetzt nicht so groß ist. Nee. Da habe ich auch schon 13 Prozent drin, das Ding ist fast ja nicht viel hier. Was ist das eigentlich, Klippi? Was? Stroh. Da kann er lachen, das findet er lustig. Was? Ich weiß jetzt nicht, was ist was jetzt? Was du erntest. Also, das ist Weizen. Was soll ich so? Äh, 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 äh. Also, das ist Stroh, weil sie einsammeln ist mir schon klar. Ja. Also, folgen schon. Ich wusste halt, dass du wissen wolltest, dass das Weizenstroh ist. Ja, ich lass mich in Ruhe. Sammeln nicht. Ja, 60 Prozent schon. Ja, wie passen da rein? In den? 23 oder so, ne? Hm, ich glaube ja. Gut, kommen wir vielleicht auf, ja. So, echt schössend. Ist okay. War ich erstmal von mir, oder haben wir denn schon Tiere? Nein, natürlich nicht. Ich dachte, du wolltest das letzte Mal hast du doch gesagt, das Restgeld gibt mal für Tiere aus. Richtig, dann kam auch der Einspruch von Herrn Manus, wenn man das nicht machen will. Weil ich will noch irgendwas anderes haben wolltest, dann war der Port nämlich zu Ende. Ja, toll. Sinnlos. Das sagst du jetzt. Auf mich wieder alles schieben. Richtig. Das können sie, ey. Jeder Vertrag, wie man halt. Welchen Vertrag? Der hier vor mir liegt. Aber auch nur vor dir, oder? Der liegt eigentlich auch vor dir. Genau. So, einmal Stroh. Wo muss ich Stroh abkippen? Bei der Mischstation. Ja, aber wo? Auch oben? Einfach, einfach oben hinfahren. Das sind mehrere Triggerpunkte. Also, da gibt es ja nur das NL7. Irgendwann kommt halt hier abkippen fertig. Ja, Stroh wird hier nicht angenommen. War ja klar. Dann muss das ja da unten das sein. Nee, nee, das ist schon oben durch. Nein? Doch. Und so, er ist auch nicht angenommen. Ja, stand auch bei Gras da. Einfach ein bisschen, immer ein bisschen vor und zurück. Irgendwann kriegst du da, da sind die ganzen Triggerpunkte übereinander irgendwie. Ich muss halt ohne Bille justieren und irgendwann kannst du es abkippen. Alle sind diesen Gitter drin. Da. Das ist ja blöd. Ja, da jemand, der drüber fährt, okay, wird hier nicht angehoben, da sucht sich dumm und dämlich. Richtig. Gut, wir sind erstmal fertig mit dem Portmante. Ja, deswegen danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt, da lasst nicht vergessen. Ich werde jetzt erstmal den Vertrag durchlesen. Richtig, und lest euch den Vertrag durch. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.